Musik 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 I brought green sauce because I'm originally from Frankfurt and so it's like the main dish from Frankfurt and it's also my favourite dish and there are some stories that it was Goethe's favourite dish also. Goethe's favourite dish? Ja, ich bringe es und es ist mit 7 Herben und etwas Kreme und dann habe ich ein paar Potatoes und Ecks genommen. Ich habe die Silvana genommen, weil ich denke, dass es sehr gut fit ist. Es hat auch diese Herbal-Elemente. Ich habe auch ein paar Citrus, die sehr gut geht, weil es ist leicht. Es muss ein Lichter Wien für die Herben sein. Und ich mag die Mineralität und die Taste. Vielen Dank!